Du hast den Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge heißt, warum nur wenige im Online-Business-Coaching Millionäre werden. Ich finde es eine super spannende Frage und wir werden heute nicht nur dem Coaching ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen, sondern generell uns das Thema Online-Business anschauen. Und ich werde dir am Ende dieser Podcast-Folge meine sechs Tipps verraten, wie du dein Online-Business erfolgreich gestalten kannst. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht es auch schon los hier. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Warum werden eigentlich nur wenige im Online-Business-Coaching Millionäre? Fangen wir einfach mal so an. Wir haben heute eine ganz andere Situation wie noch vor 15, 20 oder länger Jahren. Das heißt, wir leben in einer Zeit des digitalen Wandels. Uns wurden digitale Werkzeuge an die Hand gegeben. Ich stelle mir das so vor, wie wir angefangen haben, als das Feuer erfunden wurde und entdeckt wurde, als die ersten Werkzeuge gebaut wurden, als wir ganz andere Möglichkeiten hatten, uns Nahrung zu beschaffen. Genauso ist das heute auch. Es ist gar nicht so anders. Wir haben heute digitale Werkzeuge an die Hand bekommen, mit denen wir ganz andere Möglichkeiten haben, uns als Unternehmer, Unternehmerin zu positionieren, uns ein Unternehmen aufzubauen. Und jeder kann das machen. Jeder kann das heute noch viel besser machen, als noch vor fünf Jahren. Das Interessante dabei ist, wir werden in eine Versuchung gelenkt. Und zwar, wenn du dich mit einem Thema besonders auseinandersetzt, du sagst zum Beispiel, ich will mir jetzt ein Coaching-Business aufbauen oder ich möchte mir eine E-Commerce-Lösung suchen und einen Online-Shop betreiben oder was auch immer du als digitales Geschäftsmodell, vielleicht zu deinem analogen Geschäftsmodell noch dazu bauen möchtest. Wir beschäftigen uns mit dem Thema und die Algorithmen um uns herum, in den sozialen Netzwerken und so weiter, stellen sich auf uns, auf das Thema ein. Wir bewegen uns also immer mehr in eine Bubble, in der wir dann irgendwie das Gefühl haben und sagen, wow, krass, die ganze Welt will auf einmal ein Coaching-Business aufbauen. Die ganze Welt macht sich irgendwie selbstständig im Internet. Wow, ich bin angestellt, ich will das auch. Und dann kommen wir zu dem ersten Problem, denn viele machen sich selbstständig, landen bei mir im Mentoring und haben einfach zu wenige Kompetenzen. und glauben, oh, wenn ich mit dem Norm zusammenarbeite, dann ist das super einfach erfolgreich, mir ein Unternehmen aufzubauen. Viele machen das auch, weil sie einfach super fleißig sind. Viele machen das auch oder werden auch erfolgreich, weil sie die entsprechenden Kompetenzen haben. Aber viele werden das eben auch nicht, weil die Kompetenzen fehlen. Und mit Kompetenzen meine ich zweierlei. Einmal die Expertise, in der du richtig gut bist, also deine quasi fachliche Expertise, die du am Ende in einem Coaching zum Beispiel verkaufst, oder du kennst dich besonders gut mit Online-Shops aus, oder mit der Vermarktung eines speziellen Produktes zum Beispiel. Das wäre so die fachliche Expertise. Und das andere sind die Digitalkompetenzen. Digitalkompetenzen heißt, was nützen dir diese Werkzeuge, diese digitalen Werkzeuge, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, wie du sie verwendest. Gehen wir zurück in die Steinzeit. Als so die ersten Werkzeuge erfunden wurden, wenn du mit so einem Faustkeil nicht wusstest, umzugehen, dann hast du dir in die Hand gehauen. Und das hat verdammt wehgetan. Und deswegen wurde aber dein Pfeil nicht spitzer. Das heißt, du konntest nicht auf die Jagd gehen. Die Kettenreaktion konnte gar nicht stattfinden, weil du die ganze Zeit damit beschäftigt warst, dir auf die Hand zu hauen. Und genau so ist das heute auch. Genau dasselbe Thema. Du hast digitale Tools und wenn du sie nicht verwenden kannst, wenn dir diese digitalen Kompetenzen fehlen, und es ist zugegeben ein bisschen komplexer als damals mit dem Faustkeil. Das sei schon vorher weggeschickt. Also wenn du damit nicht umgehen kannst, dann hast du natürlich das Problem, dass du gar nicht erfolgreich sein kannst ohne diese Kompetenz. Also nochmal zurück zum Problem. Problem ist das Fehlen oder zu wenige unzureichende Kompetenzen. Fachliche Kompetenz, also Expertise und digitale Kompetenz. Du kannst mit den Tools noch nicht so gut umgehen. Es ist alles erlernbar. Die Kompetenzen sind ja erweiterbar. Aber dir muss klar sein, dass wenn dein Business nicht fliegt, kann es an einem dieser beiden Punkte ein Defizit geben, einen Engpass geben. Das nächste Thema oder die nächste Problematik, warum nicht so viele im Online-Business wirklich extrem erfolgreich sind, ist das Thema fehlende Geschäftsmodelle. Fehlende Geschäftsmodelle heißt, wenn ich jetzt sage, ich baue mir ein Coaching-Business auf, dann habe ich ein Problem, nämlich die Limitierung, dass mein Tag, und jeder von uns hat so einen Tag mit 24 Stunden limitiert ist. Jeder von uns hat 24 Stunden. Wenn du sagst, du arbeitest jetzt meinetwegen 8 Stunden an diesem Tag in deinem Coaching-Business, dann kannst du 8 Stunden zu einem bestimmten Stundensatz verkaufen. Und jetzt kannst du dir das mal hochrechnen. Du kannst sagen, okay, wie hoch ist mein, oder wie groß ist mein Bekanntheitsgrad? Ja, also bin ich super, mega Influencer, dann kann ich natürlich einen anderen Stundensatz verlangen, und wenn natürlich auch meine fachliche Expertise dazu auch da ist. Also nur Bekanntheit reicht halt auch nicht. Ich habe einen Bekannten, der hat 750.000 Fans auf Facebook. Er kann sie aber nicht monetarisieren, wie auch immer er zu diesen Fans gekommen ist, davon mal abgesehen, aber er kann sie nicht monetarisieren, weil ihm die Kompetenzen fehlen. Die haben sich einfach ihm angeschlossen, weil er irgendwelche Postings gemacht hat und so weiter. Und das hat über die Jahre so gewachsen. Die sind jetzt da, aber die wissen halt nichts von seinen Kompetenzen. Und er hat jetzt auch keine konkrete Vorstellung, was er genau als Expertise anbieten möchte. Das heißt, wenn dir das Geschäftsmodell fehlt, wenn du also sagst, ich habe ein Coaching-Business, 8 Stunden, ich habe einen Stundensatz von X, und wenn du das mal hochrechnest, dann hast du deine Limitierung eigentlich erreicht, weil du kannst ja nicht mehr Zeit verkaufen, als dir zur Verfügung steht. Jetzt kannst du sagen, okay, dann arbeite ich halt nicht 8 Stunden, dann arbeite ich halt 16 Stunden. Das ist für den Anfang sicher auch attraktiv, also je nachdem, wie hoch der Stundensatz ist. Aber auf lange Sicht ist es das Eintauschen von Zeit gegen Geld. Da fehlen also Geschäftsmodelle der Skalierbarkeit. Also wie kann ich es schaffen, ohne dass ich mehr Zeit aufwenden muss, mir Geschäftsmodelle dazu zu bauen, die skalierbar sind. Das können Abo-Modelle sein, das können Lizenzmodelle sein oder Ähnliches sein. Also darüber muss ich mir Gedanken machen. Wenn diese Geschäftsmodelle langfristig fehlen, dann brenne ich aus, weil, was passiert, wenn ich 8 Stunden Coaching am Tag mache? Wer sucht mir die Folgeprojekte? Wer sucht mir die neuen Kunden? Also ich habe dann überhaupt keine Zeit, mich um das Folgegeschäft zu kümmern. Also nur Zeit gegen Geld einzutauschen, ist kein gutes Geschäftsmodell, keine gute Lösung. Kann am Anfang super interessant sein, aber später muss es dann zusätzliche Geschäftsmodelle geben. Und das dritte Problem, was ich identifiziert habe aus meinen Mentorings, ist das Fehlen von Finanzen. Ich brauche Geld, immer schon. Ich brauchte auch vor 20 Jahren, wenn ich ein Business aufbauen wollte, Geld. Und je nachdem, wie viel mir davon zur Verfügung steht, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mein Business zu explorieren, also größer zu werden, schneller zu wachsen. Es ist am Ende eine Frage des Rohstoffes. Und in unserer Finanzwelt, in unserem System, in dem wir leben, ist nun mal Geld der Rohstoff, um mir ein erfolgreiches Business aufzubauen. Ist tatsächlich so. Ich kann mir den Erfolg kaufen und wenn ich das Geld nicht habe, dann kann ich mir den Erfolg selbst erarbeiten, aber es dauert halt viel, viel länger. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir mittlerweile nicht mehr nur die Einzigen sind, die auf den digitalen Markt wollen. Dadurch, dass die Werkzeuge heute immer einfacher geworden sind, also wir haben jetzt nicht mehr den Faustkeil, sondern wir haben ein richtiges Messer. Also einfach, um mal zu verstehen, was da passiert. Und wenn ich ein Messer habe, dann weiß jeder, oh krass, das ist der Griff, das ist die Klinge. Ich fasse am besten den Griff an, dann tue ich mir nicht weh. Und mit zwei, drei Stunden Coaching weiß ich auch, wie ich so einen Pfeil anspitze. Also so einen Stockspitzmacher mit einem Messer. Das weiß jeder. Dem einen gelingt es ein bisschen besser, dem anderen gelingt es ein bisschen schlechter, aber am Ende habe ich eine Spitze an diesem Stock dran. Vor allen Dingen, wenn ich muss, das ist dann auch ein anderer Motivationsfaktor, wenn ich wirklich muss, wenn ich sage, ich brauche jetzt so einen Pfeil, damit ich mir was zu essen jagen kann, wenn es denn so sein muss, dann kann das auf einmal jeder. Und dieses Es kann jeder heißt, der Markt ist überfüllt. Ich muss mir also noch mehr Gedanken machen heute, wie ich mir eine echte Alleinstellung schaffen kann, wie ich aus dieser Masse heraus blicken kann, dass genau das dazu führt, dass ich mir neue Strategien suchen muss und dass ich das natürlich auch über Finanzinvestitionen lösen muss. Das heißt, ich muss bereit sein und in der Lage sein, in mein Business zu investieren. Eine kurze Unterbrechung, denn ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht zuerst, ihr habt mir in den letzten Monaten zahlreiche Nachrichten geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ihr habt mich gefragt, wann ich das Digital Leadership Mentoring für Unternehmer und Unternehmerinnen wieder auflege. Und deshalb freue ich mich, dir mitteilen zu können, dass wir ab sofort wieder durchstarten können. Wenn du also Lust hast und daran interessiert bist, ein skalierbares und profitables digitales Business aufzubauen oder du dein Unternehmen für die Digitalisierung fit machen möchtest, dann besuche uns im Netz auf www.genius-alliance.com oder folge dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und nun die schlechte Nachricht. Das Zeitfenster für das Digital Leadership Mentoring wird sich bald wieder schließen. Da ich noch in andere digitale Projekte involviert bin, kann ich nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern im Unternehmermentoring begleiten. Es wäre also jetzt ein guter Zeitpunkt für dich, den Podcast an dieser Stelle kurz zu unterbrechen und ein kostenfreies Vorgespräch zu buchen. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen und wünsche dir nun weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Die Leute, die vor einigen Jahren verstanden haben und gesagt haben, okay, krass, wenn ich mir eine Community aufbaue, wenn ich mir eine Reichweite aufbaue, wenn ich das Vertrauen zu Menschen gewinnen kann über einen Video-Channel, über einen Blog, über einen Podcast oder was auch immer, dann habe ich es natürlich ein bisschen einfacher, weil die Leute mir schon zuhören, weil ich dort schon bekannt bin, weil ich dort schon sichtbar bin, habe ich einen Vorteil. Aber ich muss genauso performen, mir genauso überlegen, was sind hier meine Geschäftsmodelle, die ich anbieten möchte und wie kann ich meine finanziellen Mittel, die ich mir dann auch verdiene, indem ich ja Produkte und Dienstleistungen verkaufe, wie ich die sinnvoll reinvestiere in mein Unternehmen. Das heißt, wir haben natürlich so eine Goldgräberstimmung. Klar, jeder glaubt, ich kann mir ein Business aufbauen, aber auch die Fähigkeiten und die Kompetenzen und das ist auch das vierte Problem, was ich identifiziert habe, dass die Leadership-Kompetenzen oftmals fehlen. Wie führe ich denn ein Unternehmen? Also wir sind vielleicht in der Lage, uns selbst ganz gut zu führen, indem ich morgens aufstehe und sage, okay, ich mache mir erst mal den Grund klar, warum ich jetzt so begeistert aus dem Bett springe. Aber es ist ein Unterschied, wirklich ein Team zu führen. Es ist ein Unterschied, wirklich unternehmensstrategisch zu arbeiten. Denn wir landen beim Aufbau eines Unternehmens immer erst mal in der Rolle einer Fachkraft. Also wir machen sehr viel operativ selbst. Dann aber zu wechseln und diesen Berufswechsel verstehen die wenigsten, dass eine Fachkraft einfach kein Unternehmer ist. Also ich muss von der Fachkraft zum Unternehmer werden und das ist ein ganz anderes Berufsbild und das muss ich mir einfach klar machen. So, das heißt, das sind die Probleme, die ich identifiziert habe. Und damit ihr jetzt auch nicht länger warten müsst auf meine Tipps, haue ich die jetzt hier hintereinander raus, so ein bisschen Rapid Fire, damit die Podcast-Folge auch nicht zu lang ist. Der erste Tipp, den ich habe, damit ihr euch ein erfolgreiches Geschäftsmodell oder Online-Business aufbauen könnt. Also ich unterscheide immer, du bist vielleicht jetzt gerade jemand, der am Anfang steht oder du bist schon gestartet mit deinem eigenen Online-Unternehmen oder digitalen Unternehmen oder du bist vielleicht ein etabliertes Unternehmen und suchst die Möglichkeit, digitale Märkte für dich zu gewinnen. Mittelständische Unternehmen, durchaus auch große Unternehmen. Es gilt, also dieser Mechanismus ist der gleiche. Das finde ich ganz spannend. Der erste Punkt, der erste Tipp von mir ist, sei fleißig und produziere Content. Das gilt für jeden. Es gilt auch für Unternehmen, die 300 Mitarbeiter haben und sagen, hey, warum muss ich einen Blog machen? Warum muss ich jetzt einen Podcast machen? Warum muss ich jetzt Videos produzieren? Hey, du musst, wenn du in diesem Markt mitspielen möchtest, wenn du in diesem Markt eine Relevanz haben möchtest, dann musst du das machen. So, also bau dir eine Community auf, sei fleißig, produziere Content. Und wenn du Kohle hast, weil du Mittelständler bist und sagst, hey, ich muss jetzt nicht irgendwie von Null anfangen, sondern ich habe Möglichkeiten, Rohstoffe zu investieren, sprich Geld, dann tu das und bau dir ein Team auf und dieses Team muss fleißig sein und Content produzieren. Okay, Tipp Nummer zwei, hol dir einen Mentor an deiner Seite, der selbst Digitalunternehmer ist. Total wichtig. Nur Digitalunternehmer, die selbst operativ im Business und im Management sind, verstehen, wie schnell sich Märkte verändern, wie schnell neue Werkzeuge reinkommen. Und ich finde es extrem wichtig, dass diese Leute tatsächlich noch im Business sind. Es gibt ja auch Mentoren, die sagen, ich habe das alles hinter mir und ich berate jetzt nur noch. Aber ich möchte mich trauen, an dieser Stelle zu sagen, die sind nicht mehr so am Puls der Zeit. Es verändert sich unglaublich viel, Jahr für Jahr, Monat für Monat. Also die Geschwindigkeit, in der strukturelle Veränderungen im Unternehmen stattfinden oder auch die Tools sich verändern, die technischen Infrastrukturen andere sein müssen, um auf diese Marktsituationen zu reagieren. Da brauche ich einfach einen Mentor, der im Business ist. Man kann ja sagen, ich habe so eine Art Beirat. Das ist so dann die Seniorität, wo ich sage, ich brauche das Know-how der, in Anführungsstrichen, Alten. Das finde ich auch wichtig. Aber ich brauche vor allen Dingen einen Mentor, der mit mir operativ im Doing ist und sagt, okay, der ist am Markt oder sie, ist am Markt, kennt sich aus, kann auch schnell, agil, dynamisch darauf reagieren und mich versorgen mit den Informationen, die ich brauche. Also, hol dir einen Mentor an deine Seite, ruf am besten uns an. Der dritte Tipp ist, besorge dir ein Startkapital und ich habe mal überlegt, was wäre denn so eine gute Größe an Startkapital und bin auf eine Zahl gekommen und habe gesagt, okay, also wenn du ganz am Anfang bist, würde ich sagen, 25.000 Euro. Das ist so die unterste Grenze, die du brauchst, um dir wirklich was Gutes aufzubauen. Also wirklich mit Marke, mit Vermarktungsstrategie, mit Unternehmensstrategie, also dass man wirklich konzeptionell so einen Leitfaden hat und die entsprechenden Maßnahmen hat, das auch wirklich im Markt durchzusetzen, gerade am Anfang. Also 25.000 Euro wäre so das absolute Minimum an Rohstoff, den du in deinem Unternehmen mitbringen solltest. Du kannst das natürlich auch ohne machen oder mit noch weniger machen und das wird auch funktionieren. Es ist nur die Frage, wie viel Power, wie viel Energie hast du in dir, dass du sagst, da muss einfach auch viel mehr von dir selber kommen. Also mit den 25.000 Euro, meine ich, hast du irgendwie auch so einen Hebel, dass du sagen kannst, jetzt kann ich mir auch Hilfe von außen holen. Und ja, also das wären so Erfahrungswerte. Diese Zahl, dieses Startkapital ist auch eine Zahl, die stetig wächst. Es ist nicht so, dass ich irgendwie eine Podcast-Folge in zwei Jahren mache und sage, naja, also solltest du mindestens 10.000 Euro haben. Sondern ich würde eher sagen, es wird immer mehr werden, Jahr für Jahr mehr werden, weil der Markt einfach auch sich verändert und weil immer mehr Leute und Unternehmen auf diesen Markt kommen. Also vor fünf Jahren hätte ich vielleicht noch eine ganz andere Zahl genannt. Der vierte Punkt oder mein vierter Tipp an dich, an euch ist, schließe Kooperation und mach nicht alles alleine. Wachstum hat sehr viel mit einem Wir zu tun. Also dein persönliches Wachstum, dein Businesswachstum hat sehr viel mit einem Wir zu tun. Schließe Kooperation. Überleg dir, das finde ich zum Beispiel auch super cool bei uns im Lion Circle, dass die Leute, die dort sind, miteinander reden und in Austausch kommen und daraus entstehen neue Businesses. Die arbeiten aktiv zusammen an gemeinsamen Projekten und Angeboten oder Produkten. Mega cool. Also wenn du darauf Bock hast, Lion Circle, mal bei uns auf die Website schauen. Du kommst da kostenlos rein, die Mitgliedschaft haben wir kostenlos gemacht. Also schließ dich uns an, guck dir das einfach an. Wenn es nicht ist, dann kann man ja immer wieder gehen, aber am besten bleiben und umsetzen. Und der fünfte Tipp, den ich habe, bau dir ein Team auf. Es geht nichts ohne Team. Deckt sich auch so ein bisschen mit dem vierten Punkt, schließe Kooperation, aber was ich damit meine ist, bau dir ein Team auf, such dir wirklich Leute, die dir helfen, verschiedene Aufgaben abzunehmen. Da sind wir wieder bei der Unternehmerrolle. Aber vor allen Dingen auch, die dich mit Digitalkompetenzen ergänzen, die du vielleicht nicht hast. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich bin super cool in meiner Expertise, ich kann hier einen geilen Podcast machen, aber ich kann die Post-Production nicht, dann lass die Post-Production machen. Oder du bist kein Gestalter oder keine Gestalterin, dann such dir jemanden, der diese Gestaltung übernehmen kann. Und das auch in einer hohen Qualität. Bitte darauf achten, dass da draußen, ich sage immer so, das ist auch interessant. Ich habe früher immer gesagt, wenn du die Wohnungstür verlässt, betrittst du eine Bühne. Also überleg dir, ob du im Jogginganzug rausgehst oder was du von der Welt abhattest. Erkleide dich entsprechend. Heute müssen wir ja noch nicht mal die Wohnungstür verlassen. So hat sich das verändert. Wenn du dein Bett verlässt, betrittst du eine Bühne. Vielleicht auch schon im Bett, wer weiß. Aber durch Digital heißt Zoom und Co. musst du ja, also das ist auch deine Bühne. Also wenn du deine Kamera anmachst, überleg dir, was sehen die Leute da. Wenn die in so ein vermülltes Wohnzimmer reinschauen, dann ist das nicht cool. Dann wollen wahrscheinlich weniger die Leute mit dir kooperieren oder so und sagen, hey, was ist denn da los? Also versuch, dass das wirklich gut aussieht. Ey, zieh dir ein T-Shirt an oder sonst irgendwas. Wichtig. Und das egal bei welchem Meeting. Egal, ob du dem Meeting jetzt eine hohe Bedeutung gibst, weil du sagst, oh krass, könnte potenzieller Kunde sein oder ob du sagst, hey, ist jetzt ein Kooperationspartner, da muss ich mir nicht so viel Mühe geben. Immer, 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 immer. Wichtig. Also bau dir ein Team auf, um mal wieder zum Thema zurückzukommen und mach nicht alles allein. Also versuch aus dieser Fachkraftrolle in die Unternehmerrolle zu kommen. Das ist nämlich auch mein sechster Tipp. Das ist eigentlich auch der wichtigste Tipp. Werde Unternehmer. Vom Mindset her bis hin zu den Möglichkeiten, unternehmensstrategisch zu denken. Gibt ja dieses schöne Bild, ja. So eine Gruppe von Menschen geht durch den Urwald, vorne Machete und überall und jeder kämpft sich durch und irgendwie bewegt sich so diese Gruppe durch den Urwald. Ich glaube, der Stefan Mehrath hat in seinem Buch Der erfolgreiche Unternehmer dieses Beispiel gebracht. Und sei du die Person, die auf dem Baum klettert und sagt, hey Leute, wir laufen in die falsche Richtung. Du musst oben sein. Wenn du unten mit der Machete unterwegs bist, kannst du nicht sehen, wohin die Reise geht. Und das ist aber extrem wichtig. Versuche dich in die Rolle des Unternehmers oder der Unternehmerin zu begeben und versuche auf diesen Baum zu klettern und versuche zu schauen, bewegt sich dein Team in die richtige Richtung. Wenn das keiner macht, und das sehe ich leider viel zu oft, dann wird das Online-Business oder digitale Unternehmen, was du dir aufbaust, scheitern. Du musst nicht alle Kompetenzen haben, aber die wichtigsten musst du haben, um erfolgreich dein Unternehmen aufzubauen. Und das wollte ich mit dieser Podcast-Folge dir einfach mal ans Herz legen, zu sagen, es gibt da draußen unzählige Möglichkeiten und tolle Werkzeuge, ohne Zweifel. Aber du musst es in den richtigen Schritten machen. Du musst ein paar Dinge beachten, die sich noch nie verändert haben. Und der Nebensaufbau hat ganz viel mit Mechanismen und Mechaniken zu tun, die immer noch gelten, egal wie einfach es ist, heute eine Website online zu stellen. Wir reden von erfolgreichen Unternehmen und erfolgreiche Unternehmen brauchen eine Strategie, brauchen ein Konzept und brauchen ein Wir. Und das ist meine Message heute an dich gewesen. Ich wünsche dir viel Erfolg in deinem Business. Würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal persönlich kennenlernen. Würde mich freuen, wenn du diesen Podcast cool findest und uns eine Bewertung darlässt bei iTunes. Dann finden diesen Podcast auch andere Unternehmer und Unternehmerinnen. Und damit bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank.